Lensmann, was ist eine Schleuder-Story? Was ist eine Schleuder-Story? Ich kann mir was darunter vorstellen. Das war in Schweden. Dremac. Aha. Hast du den? Mit Phoebe? Phoebe mit Phoebe. Ja, die hat... Ja, die hat... Ja, Digga, also... Nein, nein, nein. Du musst mir vorstellen, es lief nicht gut in den ersten zwei Heats auf Dremac. Hand anlegen. Scheiße, ne? Dann wollte ich mich erlauben. Und ich hab halt gesagt, guck, man konnte die Tür nicht abschließen in deinem Zimmer. Und... Also, wo ich denn geschlafen habe. Und dann hab ich halt so zu Bad A gesagt und Daxler, okay, Daxler, ja, halt mal Leute ab jetzt vor ins Zimmer zu gehen. Ne, kannst dir ja vorstellen, so. Warum sperrst du dich nicht im Klo ein? Digga, im Stehen oder was? Leg dich auf den Boden, du Dumasch. Und dann? Dann ist Chibi reingeplastet und hat gesagt, oh, der f*** der wirklich. Chibi. Ja. Bisschen sass. Und wie lagst du da? War die Decke so ein bisschen kauf? Ja, 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 ja. Da hast du dich wohlgefühlt. Ne, 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 die Decke war zum Glück immer mehr. Wie war dein Outfit? Ja. Komplett? Splitterfaser? Ne. Ja, Unterhose war unten. Also. Aber Decke war halt drüben. Wie war das denn? Hat sie denn sowas gesagt? So? Als Chibi reingekommen ist? Ja. Ja. Ja, die hat geschrieben. Oh, der f*** der wirklich. Ist die dann auch rausgegangen oder dring geblieben? Ja, dring geblieben. 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 War jetzt nicht überzeugend, dass rausgegangen. Also, direkt rausgegangen oder so? So, erst so, oh, der w*** und dann so. Ja, und dann rausgegangen. Okay. Und nun hast du gesagt, ich mach noch fertig, dann komm ich raus? Oder wie war das dann bei dir? Hast du dann besser gemacht? Hey, wenn du dich blissen soll, Herr... Ja. Wir hatten... Sind wir irgendwo hingefahren. Die Hände. Jetzt fällt mir nichts. Ich hab mich auf meinen Stellen gesehen. Ich hab mich auf den Moment verdadeir. Bis dato dann, ich hab mich expectations. Es ist eine gute Idee. Fangen, wir haben dich wert. Wir haben dich auf einen Moment.